1-0 für das Teamhaus Chemnath. Die sind auch damit die aktuellen Führer in unserer Blitzkabelle Rappalu 15. Die haben aber gestern die Plakatischen alle mit Leitern aufgenommen. Grazie, Robin! Scheiße! Grazie, Chris! Die sind auch hier. 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 Grazie, Chris! Der Tor muss Korsky-Kidmin zur 0-Führung. Und der Ausgleich auf der Fläche 1 zwischen Höfling und Kemmler steht es jetzt 1 zu 1. 2 zu 1. Sehr gut. Ja, wir gehen! Wir sind in der letzten Reihe. Warte, 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 warte! Warte, 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 warte! Warte, 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 warte! 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 Warte, 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 warte! Warte, warte, warte! Warte, 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 warte! Warte, 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 warte!